Mandeln sind sehr gesund, unglaublich lecker und können noch dazu auf vielseitige Art und Weise konsumiert werden. Doch welche außergewöhnlichen Vorteile kannst du dir von Mandeln eigentlich im Detail erwarten? Genau das erfährst du heute hier bei uns. Bist du bereit zu erfahren, warum Mandeln so gesund sind? Dann bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn hier sind drei Dinge, die passieren werden, wenn du ab heute regelmäßig Mandeln zu dir nimmst. 1. Mandeln können bei der Gewichtsabnahme helfen Dein Körper nimmt etwa 10 bis 15 Prozent der Kalorien, die in Mandeln enthalten sind, gar nicht auf. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass der Verzehr von Mandeln den Stoffwechsel leicht ankurbeln kann. Aufgrund ihrer sättigenden Eigenschaften sind sie eine gute Ergänzung für eine effektive Gewichtsabnahme. In einer Studie führte eine kalorienarme Diät mit 84 Gramm Mandeln zu einem Gewichtsverlust von 62 Prozent im Vergleich zu einer Diät mit komplexen Kohlenhydraten. Eine andere Studie mit übergewichtigen Frauen ergab, dass diejenigen, die Mandeln konsumierten, mehr Gewicht verloren als diejenigen, die eine nussfreie Diät machten. Auch der Taillenumfang und andere Gesundheitskennzahlen verbesserten sich bei ihnen. 2. Mandeln können Herzkrankheiten vorbeugen Mandeln senken nicht nur den schlechten LDL-Spiegel in deinem Blut, sie schützen dein Cholesterin auch vor Oxidation, die ein entscheidender Schritt bei der Entstehung von Herzkrankheiten ist. Die Schale von Mandeln ist reich an Polyphenol-Antioxidantien, welche diese Form der Oxidation verhindern können. Die Wirkung kann übrigens verstärkt werden, wenn sie mit anderen Antioxidantien wie Vitamin E kombiniert wird. Eine Studie hat gezeigt, dass der Verzehr von Mandeln über einen Zeitraum von einem Monat den oxidierten LDL-Cholesterinspiegel um 14 Prozent senkte. Dieser Effekt kann im Laufe der Zeit zu einem geringeren Risiko für Herzkrankheiten führen. 3. Mandeln können bei der Blutzuckerkontrolle helfen Nüsse enthalten wenig Kohlenhydrate, dafür aber viele gesunde Fette, Proteine und Ballaststoffe. Das macht sie zu einer perfekten Wahl für Menschen mit Diabetes. Ein weiterer Vorteil von Mandeln ist ihr bemerkenswert hoher Gehalt an Magnesium. Magnesium ist ein Mineral, das an mehr als 300 Prozessen im Körper beteiligt ist, darunter auch an der Blutzuckerkontrolle. Der aktuell empfohlene Tageswert für Magnesium liegt bei etwa 300 bis 400 Milligramm. 50 Gramm Mandeln liefern fast die Hälfte dieser Menge, etwa 150 Milligramm. Interessanterweise haben 25 bis 35 Prozent der Menschen mit Typ 2 Diabetes einen Magnesiummangel. Die Behebung dieses Mangels senkt den Blutzuckerspiegel deutlich und verbessert die Insulinresistenz. Auch bei Menschen ohne Diabetes geht die Insulinresistenz deutlich zurück, wenn sie Magnesium zu sich nehmen. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Schau auch auf unserem neuen Kanal Buddysculpt vorbei, wo wir jede Woche neue Videos zum Thema Abnehmen, Muskelaufbau und Fitness hochladen. Das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.